Skorpion. Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deiner heutigen Tarotkarten. Los geht's! Heute, Skorpion, steigen deine kreativen Energien in nie dagewesene Höhen. Deine Originalität platzt aus allen Nähten und verlangt nach einem Ventil für ihren Ausdruck. Die Herausforderung besteht darin, die richtige Umgebung zu finden oder zu schaffen, in der sich deine Kreativität entfalten kann. Wenn deine derzeitige Umgebung deine künstlerischen oder innovativen Impulse unterdrückt, ist es vielleicht an der Zeit, eine neue Umgebung zu suchen. Das kann bedeuten, dass du deinen Standort wechselst oder einfach deine unmittelbare Umgebung so veränderst, dass sie deinen kreativen Bedürfnissen besser entspricht. Das Wichtigste ist, dass du dir einen Raum schaffst, in dem deine Kreativität frei und ungehindert fließen kann. Nimm diese seltene Welle der Inspiration an und kanaliere sie in produktive und erfüllende Unternehmungen. Dies ist deine Chance, mit deinen einzigartigen Talenten etwas zu bewirken. Die aktuellen astrologischen Aspekte können dazu führen, dass du dich ungewöhnlich verletzlich fühlst. Dieser emotionale Zustand könnte sich in einem körperlichen Ausdruck deiner inneren Gefühle äußern. Es ist wichtig zu erkennen, dass verschiedene Tage unterschiedliche Herangehensweisen erfordern, um mit dieser Verletzlichkeit umzugehen. An manchen Tagen können kräftige körperliche Aktivitäten wie Laufen oder Boxen der ideale Weg sein, um aufgestaute Energie positiv abzubauen. An anderen Tagen können sanftere Aktivitäten wie Yoga in Verbindung mit Entspannungstechniken wie einem langen heißen Bad hilfreicher sein, um das innere Gleichgewicht zu erreichen. Hier geht es darum, auf deinen Körper zu hören und auf seine Bedürfnisse einzugehen. Ob durch energetische Anstrengung oder beruhigende Praktiken, für dein körperliches Wohlbefinden zu sorgen, ist ein wichtiger Schritt, um deinen emotionalen Zustand zu steuern. Sei heute vorsichtig, denn deine Gefühle könnten dich in die Irre führen, vor allem wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Es besteht die Gefahr, dass deine Stimmung deine Handlungen zu sehr beeinflusst und dich von deinem wahren Weg abbringt, vor allem in deiner Karriere. Es ist wichtig, dass du einen kühlen Kopf bewahrst und dich nicht von flüchtigen Gefühlen leiten lässt. Es ist zwar wichtig, deine Emotionen anzuerkennen, aber es kann irreführend sein, kritische Entscheidungen ausschließlich auf sie zu stützen. Versuche, ein Gleichgewicht zwischen emotionaler Intuition und rationalem Denken zu finden. Auf diese Weise kannst du sicherstellen, dass deine Entscheidungen wohl überlegt sind und mit deinen langfristigen Zielen und Wünschen übereinstimmen. In deinen Beziehungen bist du derzeit in einem Tauziehen zwischen gegensätzlichen Wünschen gefangen. Du stehst an der Schwelle zu einem neuen Zyklus in deinem Liebesleben, aber ein hartnäckiger Zweifel hält dich davon ab, diese Veränderung voll und ganz anzunehmen. Diese Unentschlossenheit rührt von der Unsicherheit her, ob du den Status quo beibehalten oder einen Vertrauensvorschuss geben sollst. Es ist wichtig zu erkennen, dass solche Scheidewege ganz natürlich sind und dass es manchmal das Beste ist, deine Gefühle offen und ehrlich zu äußern. Auch wenn es entmutigend sein kann, alle Vorsicht in den Wind zu schlagen, kann eine klare und geradlinige Kommunikation genau das Richtige sein, um voranzukommen. Nimm das Potenzial dieses neuen Zyklus an und bedenke, dass das Ausdrücken deiner wahren Gefühle trotz der Risiken zu einer erfüllenden und ehrlicheren Beziehungsdynamik führen kann. Wenn sich die Sterne zu deinen Gunsten ausrichten, stehst du auf der Schwelle zum bedeutendsten Gewinn deines Lebens. Dieser einzigartige Triumph ist nicht nur eine Fügung des Schicksals, sondern ein Beweis für dein Potenzial. Um diesen unvergleichlichen Gewinn zu erringen, musst du den Mut aufbringen, aus deiner Komfortzone herauszutreten. Das Universum drängt dich dazu, deine Träume entschlossen anzugehen. Es ist an der Zeit, Zweifel und Ängste beiseite zu schieben, denn dies ist dein Moment, um zu glänzen. Egal, ob es sich um einen beruflichen Meilenstein, ein persönliches Ziel oder einen Durchbruch in einer Beziehung handelt, denk daran, dass dieser Gewinn deine Initiative erfordert. Vertraue auf deine Fähigkeiten, denn der Kosmos weist dir den Weg. Wenn du vorankommst, verspricht die Ausrichtung der Planeten, dass sich deine Bemühungen in außergewöhnliche Erfolge verwandeln. Dies ist dein Aufruf zum Handeln. Geh hinaus, strecke deine Hand aus und sieh zu, wie sich der wichtigste Sieg deines Lebens vor dir entfaltet. Das aktuelle astrologische Klima ist dadurch gekennzeichnet, dass Merkur im Steinbock ein Treigen mit Jupiter im Stier bildet, was auf eine Zeit mit vielen positiven Entwicklungen und Möglichkeiten hindeutet. Diese Konstellation ist besonders günstig für den beruflichen Aufstieg, die Ausbildung und alle Unternehmungen, die Initiative erfordern. Aufgrund des Quadrats zwischen Venus in Schütze und Neptun in Fische ist jedoch Vorsicht geboten. Dieser Aspekt könnte verborgene Probleme oder Geheimnisse ans Licht bringen, sodass es ratsam ist, zu diesem Zeitpunkt keine großen Verpflichtungen einzugehen. Außerdem verstärkt die Konjunktion von Mond und Uranus im Stier emotionale Erfahrungen, vor allem im Bereich der Romantik und Leidenschaft. Diese Zeit zeichnet sich durch eine erhöhte emotionale Sensibilität aus und macht sie zu einer Zeit tiefer und leidenschaftlicher persönlicher und romantischer Erfahrungen. Nun geht es gleich weiter mit deiner Tarot-Lesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Tarot-Lesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! Die 7 der Kelche steht für eine Situation, in der du mit einer Vielzahl von Entscheidungen und Möglichkeiten konfrontiert wirst. Sie zeigt an, dass du dich vielleicht überwältigt oder verwirrt fühlst, weil du zu viele mögliche Wege in Betracht ziehst. Die Kernaussage dieser Karte ist, dass es zwar zahlreiche Möglichkeiten gibt, aber nicht alle von ihnen vorteilhaft oder realistisch sind. Du musst deine Optionen sorgfältig abwägen. Es ist wichtig zu unterscheiden, was bloßes Wunschdenken ist und was tatsächlich realisierbar ist. Konzentriere dich darauf, herauszufinden, was dir am wichtigsten ist und was mit deinen langfristigen Zielen übereinstimmt, anstatt dich von dem verführen zu lassen, was sofort verlockend erscheint. Die 4 der Stäbe ist eine Karte, die Feiern, Freude und Gemeinschaftssinn symbolisiert. Sie steht für eine Phase der Stabilität und des Erfolgs in deinem Leben, sei es in persönlichen Beziehungen, bei gemeinsamen Projekten oder bei persönlichen Erfolgen. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dir ein starkes Fundament geschaffen hast und darauf aufbauen kannst. Sie ermutigt dich, die Fortschritte und Meilensteine, die du erreicht hast, anzuerkennen und zu feiern. Die 4 der Stäbe erinnert dich daran, das Unterstützungssystem um dich herum, einschließlich Freunde, Familie und Kollegen, zu schätzen und ein Gleichgewicht zwischen harter Arbeit und dem Genießen der Belohnungen für deine Bemühungen zu finden. Sie ist eine Aufforderung, die Momente der Freude und Verbundenheit mit anderen zu schätzen. Der König der Kelche symbolisiert emotionale Intelligenz, Weisheit und eine mitfühlende Einstellung. Diese Karte kann für eine Person in deinem Leben stehen, die verständnisvoll ist und wertvolle Ratschläge gibt, jemand, der seine Emotionen im Griff hat und andere anleitet. Sie kann aber auch darauf hinweisen, dass du diese Qualitäten in deiner jetzigen Situation übernehmen solltest. Der König der Kelche rät zu einem ausgewogenen Ansatz bei der Entscheidungsfindung, bei dem Einfühlungsvermögen und Rationalität Hand in Hand gehen. Es geht darum, deine Gefühle in deine Entscheidungen einfließen zu lassen und gleichzeitig die Kontrolle über sie zu behalten. Diese Karte betont, wie wichtig es ist, sowohl dein eigenes emotionales Wohlbefinden als auch das deiner Mitmenschen zu fördern und ermutigt dich, die Herausforderungen des Lebens harmonisch und überlegt anzugehen. Inmitten von Entscheidungen Klarheit finden In dieser Lesung zeigt die Kombination aus der Sieben der Kelche, der Vier der Stäbe und dem König der Kelche eine Reise von der Verwirrung zur Klarheit. Die Sieben der Kelche ermutigt dich, die vielen Möglichkeiten, die dir die Sieben der Kelche bietet, zu durchforsten und mit Unterscheidungsvermögen herauszufinden, welche Wege mit deinen wahren Zielen übereinstimmen. Die Vier der Stäbe lädt dich dazu ein, deine Erfolge anzuerkennen und zu feiern und erinnert dich daran, wie wichtig Gemeinschaft und Freude in deinem Leben sind. Schließlich gibt dir der König der Kelche Ratschläge, wie du diese Entscheidungen und Herausforderungen mit emotionaler Intelligenz und Mitgefühl meistern kannst. Die übergreifende Botschaft ist, dass du Entscheidungen mit klarem Verstand und Herz treffen sollst, indem du dich auf das konzentrierst, was wirklich wichtig ist, und mit Zuversicht und Zielstrebigkeit vorankommst. Die übergreifende Botschaft ist, dass du dich auf das Konzentrierst, Konzentrierst. Die übergreifende Botschaft ist, dass du dich auf das Konzentrierst, Und das, wie du dich auf das Konzentrierst. Also, deine resultados in Ordnung einen Tag, die Quadratmeter,